Dieser Film erzählt von einer wahren Begebenheit. Sie hat sich kurz vor dem Ende des zweiten Weltkirks zugetragen und es längst vergessen. Der Zug kommt. Ja, wo kommt denn der blödsliche Zug her? Wir koppeln ein paar Wagen ab! Ihr könntet mir die Waage doch nicht einfach auf mein Durchgangsgleich stille! Was ist denn das bloß? Da schreit welche so, wie wenn... Was sind das für Leute in den Waage? Juden, Zigeunen, Polen, Russen. Alles, was nicht ins Programm passt. Anna, lass bleiben. Oder willst du uns alle ins Urblick bringen? Die Leute in den Waage, die sind schon im Urblick. Lassen Sie uns doch an die Leute ran und lassen Sie uns etwas essen und trinken bringen. Zehn Minuten! Zehn Minuten! Na glaubst du, was mit euch passiert, wenn der Arm hier euch schnappt, ne? Drei Flaschen pro Mann? Für sie vier? Wenn ihr abhaut? Die Wache von den Waagen sind weg! Weg! Spurlos verschwunden! Die wollen die Waage einfach wegschieben! So weit, dass man nichts mehr hört! Die werden doch die Leute jetzt dann rauslassen, oder? Drei- Untertitelung des ZDF, 2020